Überlegt noch mal, seid ihr euch ganz sicher, dass ihr den da zurückhaben wollt in der Elfenwelt? Eindeutiger kann ein Ergebnis kaum sein. Offensichtlich darf Cosmo auch in Zukunft bei seinem Patenkind bleiben. Hurra! Ich begreife nicht, dass sie nach all den herzzerreißenden, zu Tränen rührenden Momenten dafür gestimmt haben, mir Cosmo wegzunehmen. Wo denkst du hin? Als ich gesehen habe, wie sie ihr Cosmo waren, der Piesack starrt mein Urteil fest. Er sollte bei dir bleiben dürfen. Wer war dann die eine Stimme, die ihn zu Mama schicken wollte? Was ist denn? Ich war nicht dafür. Ich habe zur Entspannung nur ein bisschen gepfiffen. Hey, ich drücke schon die ganze Zeit auf den Nachhause-Knopf. Aber wir sind noch hier. Ich wünschte, wir wären wieder zu Hause. Dann wutschest mir Befehl. Hier ist ein feuerspeiendes Seeungeheuer. Wie es weitergeht, zeigen wir dann im nächsten Jahr. Ein Wagen optimistisch. Wir sind noch hier. Liebe Leute, Sie sind improvements, zum themen! We got it!